hey internet und youtube wir fahren zu michael ich habe hier kurz markierten autograben und you drive me crazy kein problem mal sehen was das war nur ein test reaktionsfähigkeit test von meiner seite aus doch das war nur ein test ich bin sowas wie der fahrlehrer der reaktion in der anderen test okay dafür bezahlt im wahrsten sinne des wortes ist wunderschön bisschen staub muss sein bloß ich bin gleichzeitig damit fest ist damit im nebenjob bekomme ich bezahlt manche kollegen überlebt es nicht aber hey immerhin wird es gut bezahlt da muss man froh sein heute nicht wahr hauptsache du hast den job auch wenn er lebensgefährlich ist sei ein bisschen dankbarer ich fahre am anfang jetzt lieber so herum das ganze anzusehen neue gefällt mir jetzt gut solange ich hier auch niemanden ermordet wenn wir alle glücklich oder na 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 vorsicht mach nicht michaels garagentor kaputt weil sonst oho michael besuch aber ich dachte wir werden freunde wer besucht ich ja wo solche solche verprügeln welchen schwingen hat er dir beigebracht oh yes oh der steckt schnell ein fahr los fahr los fahr los dem schieben wir den tennisschläger ganz tief in seinen kühlschrank das war eine abkürzung ich glaube schon kommt schon kommt es soll ich ihn rammen so wie er meine frau gibt was das habe ich nicht gesagt das spiele sie ab 18 18 jährige zu sein jesus wo ist er hin wo ist er wo ist er gott sei dank das gehörte zum spiel halleluja sonst hätte ich mich das ist ich bezahle ihn ganz sicher nicht damit wir die richtige entscheidung die richtige entscheidung hat also sie damit die bank die die Warum fährt der Hediot nach Hause? Ja. Die richtige Entscheidung ist das. Entleoparden-Ding auch noch. Nichts mehr als nur ihre Nachbarn. Die Nachbarn hat eine lange Zeit gekommen, Mann. Aber manchmal muss es besser werden, um besser zu werden. Ja, vielleicht sollte ich da und meine Nachbarn präsentieren. Auf deinem Gesicht. Oh, Mann. Deine Energie negativer bringt mich wirklich hervorragend. Oh, ich hoffe, es ist, Mann. Wir schauen uns an, Mann. Du kommst in meine Haus, gehst du mein Geld und schnappst meine Frau? Sind Sie schuldigst du mit mir? Ich werde meine Hand aufzunehmen und sagen, Oh ja, steig ein. Oh, das wird ein Genuss. Halleluja. Oh ja, steig ein. Oh, das wird ein Genuss. Halleluja. Ja. Go, Baby! Cupshot, Cupshot! Yes! Oh, 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 my God. Good. Ja. Fuck, Mann. Fuck. Fuck, Mann. Fuck. Oh, we did. Fuck his ass. Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now, that's an expensive bitch-ass lesson, Mann. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Das war super. Absolut. Oh, oh, and then. Santa, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead one! Oh, shit! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Oh! Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Uh-oh. Hey, June's a kingpin, homie. Hey, you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. That coach should be doing the Russian brunt. Chick needs to chill the fuck out. Dead. Oh-oh. 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 Oh, that was quick. Oh. Oh shit. Oh, give it a go, man. Keep driving. Oh, but not back, or? How are you doing, Frank? No problem. We got a book, man. Go. Where are we on this? Fuck, man. These assholes are mean! All right, all right. All right. All right. Oh shit. Plus a gun for a gun. Oh, shut up. All right. We managed to lose him? Hey, you're a human mind. Oh, good flug. Fuck. Was? Ja, du bist sicher, dass ich mich nicht verletzt habe? Uh, vielleicht gehen wir in eine Führung und arbeiten mit deinem Bezug, bevor wir wieder rauskommen. Oh, verdammt, Mann. Du bist gut? Wie gut? Ich habe ein paar Knochen. Du bist okay? Ich meine, du hast gut gemacht, Kind. Mann, ich bin cool, Mann. Ich meine, du. Mentally. Mentally? Oh Mann, ich bin wunderbar. Mein Herz nicht so gut wie das in Jahren. Ja! Fuckin A, Bubba! Mann, du bist ein bisschen Manni. Du bist nur ein Greenland, und bist ein Messer in der Welt, der in Los Santos. Fass mich, wir haben das geschlecht. Wherever Martin Madrazo ist, ich weiß es besser. Wir haben nur ein paar Kliniken des Low-Rankers. Wir sitzen da, wir sehen, was passiert. K, es ist kein Problem bei der Bezug auf. Es ist gut, Mann. Ja! Mach mal etwas für ein Veränder. Mann, du wißt du was? Du bist so verletzt, bei diesem verdammt, Mann. Du bist richtig. Okay, lass mich tauschen mit dir. Ich sitze gerne. Okay, lass mich tauschen mit dir. Ich sitze gerne. Ich sitze gerne. Ja. Ich dachte, ich bin durch mit all diese verdammt. Ich weiß nicht, was ist passiert. Oh, shit! Ich denke, wir müssen uns herausfinden. Uh... Ich weiß wirklich, wer ich bin. Du kennst dich, wer ich bin. Du kennst dich? Du vetest dich? Du kennst dich? Du kennst dich? Du? Du denkst dich. Ich bin gut. Ich weiß, wer du bist, ich weiß, wo du bist. Wer bist du? Ich bin Frankl. License Now Franklin Maybe help Mr. DeSanta here Who am I? I think Martin Madrazo Good boy Now maybe give him a little of a background Man, Mr. Madrazo Mr. Madrazo is a legitimate businessman Who was wrongfully accused of Running a Mexican-American gang And a narcotic ring But the charges were dropped Because of the witnesses came up Missing Now, Michael Got a question for you Did you prove an architectural Significant modernist Wonder home down the hillside In Vinewood Hills I thought the owner was banging my wife Well, that was a strange house For a tennis coach I was thinking straight Clearly Well Natalia will need a hotel While you finance the rebuild Won't you? Sure Good And I'm guessing here that The rebuild Will be somewhere in the 2.5 million range Of course Great Hey Hey That's nice Come on, man Hey, am you alright? Never better So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement Fuck Ah Man, I'm mortgaged up to my eyeballs Look, I only know one way to make money I'm gonna have to give an old friend a call Lester I think he's in town somewhere I'm gonna have to track him down Just give me a little alone time, alright? Alright, Goa Fuck Fuck Shit Yeah, but we are so a tennis coach In the area He'll also earn more Nah, Selva, hallelujah Not a cracker So it looks like that I mean Hello Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey Even for a dead man Michael Ooh You don't sound good, buddy Hmm Tactful and charming even in death Hey, come see me, old friend I'm living in Los Santos Just like you Marietta Heights Whoa, whoa, wait Hey, how do you? Hello? You fucker Neuer Kontakt, Lester Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss Let's go Let's go I don't know Maybe you don't know If you'll have that It's more stiff and important If you can see you How you've seen